Also heute gibt es wirklich mal was zu feiern. Denn heute ist der wichtigste Tag im Jahr für uns alle. Viele berühmte Persönlichkeiten haben heute Geburtstag. Aber eine Person möchte ich ganz besonders hervorheben. Wir sind alle heute hier zusammengekommen, um einen besonderen Menschen zu ehren. Einen Menschen, wie er mir in meiner ganzen politischen Laufbahn nur selten begegnet ist. Einen fantastischen Menschen, den alle hier sehr gut kennen, schätzen und mögen, weil sie einfach großartig ist. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, die zeigen, dass die ganze Welt heute nur ein Thema kennt. Diesen besonderen Geburtstag. Sogar die internationale Presse berichtet von nichts anderem. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, gratulieren wir ihr heute gemeinsam mit einem kleinen Ständchen. Wir schaffen das! Happy Birthday to you! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday to you! Alles Gute auch von mir! Happy Birthday to you! 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 Untertitelung des ZDF, 2020